Heute seht ihr die unglaublichsten Roblox-Videos auf der ganzen Welt. Wenn ihr nicht diese coolen Spiele verpassen wollt, dann guckt auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Kaspar, was machst du da? Was machst du da? Was ist da vorne? Nicht so laut, da vorne ist ein gruseliges Ei und Schu-Schutzschalter ist ja auch direkt um die Ecke. Wow, da sind die, ah, sagst du, heute sind die ganzen Schu-Schu-Charles-Morphs wieder am Start. Oh yes, aber nicht nur das, sammeln mal einen hier, siehst du das? Wow, ich bin, äh, Charlie Josh. Charlie Josh, okay, warte mal, hier unten ist noch eins, siehst du das hier unten? Okay, warte mal, ich seh grad, oh, wir haben auch so ein krasses Skin-Paket und sowas, ne? Charlie Detective Hunt, hol dir das mal, das Scooby-Doo, das Scooby-Doo irgendwie. Okay, warte, ich geh mal nach unten, wo ist das hier? Da, okay. Hier unten war das direkt unten. Es gibt extrem viele neue Eier auf jeden Fall, die wir noch nicht geholt haben, sehe ich gerade. Boah, ich seh, und auch so Specs, oh mein Gott, okay, warte mal, warte mal, warte mal. Also manche haben ja schon gesammelt, aber es gibt extrem viele, hier vorne ist auch ein Ei, guck mal hier vorne. Du bist du denn, du bist denn, ach da. Ich bin hier, hier lang gelaufen. Guck mal, ich hab'n Schnuller. Oh, ein Baby-Chu-Chu-Chas. Und ne Windel hab' ich, guck dir mal die Windel an. Alter, und ich seh' hier, ich seh' hier links schon leuchten, da ist noch eins. Ein Dreck, doch ein Ei, oder was? So, aber, also heute finden wir auch nicht. Wie würde, wie würde ein Zug-Baby schreien? Du, duuut. Wieso, glaub ich, ne? Alter, was ist das hier für? Schu-Chu-Chas als Patrick. Egal, wir sind einfach Patrick. Alter, da musst du ja auch aufpassen. Zack. Hallo, mein lieber Patrick, wie geht's dir? Haben wir auch ein Boot, mit dem wir zum Haus kommen können? Oh mein Gott. Was ist? Schu-Chu-Chas, aber als, äh, hier, wie heißt der nochmal, Alter. Ja, den haben wir doch letzte, letztes Mal schon gesammelt. Guck mal, ich bin... Oh mein Gott, was ist das denn? Ich bin Benjamin, der dicke Elefant. Okay, das heißt, wir haben schon mal ein paar gefunden, aber es gibt ja noch richtig viele. Da haben wir auch solche oben auf dem Berg. Ja, das Problem ist, du siehst hinter uns so ne Insel, die beleuchtet ist, da kann man auch hin, aber du weißt ja vielleicht doch, man kann irgendwie nur 5 Sekunden das Wasser berühren, und dann geht man drauf. Das heißt, ja, das heißt, wir müssen ein paar Deichen uns ein Boot holen. Boots, wie auch immer. Kasper, hier sind irgendwie direkt 5.000 Eier auf einem Fleck. Hier ist ein Säurewatt, hier ist ein Säurewatt. Guck mal, Mickey Maus habe ich hier, Charlie. Nerd, ich hab hier Nerd, Charlie. So, hier sind noch ein paar. Boah, hast du den Sumpf betreten, steht da sogar. Alter, Charlie Frosch. Bro, wie gibt's denn hier, Alter? Oh mein Gott, da ist ne Krabbe, du hast die geweckt. Welche Krabbe? Hier ist so ne Krabbe, die killt mich. Alter. Oh, wo ab da, du Krabbe? Guck mal. Wo bist du dich gar nicht? Er sieht einzigartig aus. Ich bin, äh, hier oben auf dem Berg. Bist du mich? Ich bin die Spinne. Oh, zeig mal. Oh, wie der von hier? Wie heißt das nochmal? Dania? Ne, hier dieses Char... Heroes Reise. So heißt das. Diese eine Spinne da, die da rumliegt. Stimmt, stimmt, ein bisschen schon, ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht erschrecken, wenn du mich siehst. Warte ich kommen. Oh Gott. Oh mein Gott. Was ist das denn? Franklin, oder wer ist das? Ja, ich wusste es. Warte mal. Hier ist was? Hier ist was? Hier ist was vergraben? Hier ist was vergraben. Hier brauchen wir ne Schaufel. Hä? Warte mal ehrlich? Stimmt. Okay, warte. Dann lass mal. Genau. Dann lass mal probieren, dass wir ne Schaufel irgendwie finden. Ich seh den E noch links irgendwo den Berg hoch. Ja, ist heftig. Oh mein Gott. Auf dem Dach, Bro. Hier auf dem Dach. Lol. Das sieht krass aus. Mit dem Baumhörer wahrscheinlich. Warte, warte. Wir können hier aufs Dach hoch, ist die Frage. Von drin und dann glaube ich die Leiter hoch. Hier aus ist die Leiter. Hier aus ist die Leiter. Ah, ah. Oh Gott. Weil ne Axt brauchen wir auch noch. Oh, ja ne Axt auch noch und so. Man kann hier so viel noch freischalten. Hier ist es eins. Boah, der sieht krass aus. Charlie Timmy. Oh mein Gott. Okay, der sieht echt krass aus, ne? Guck dir. Ey, die Augen. Hier oben siehst du, das sind zwei Stücke auf einer gleichen Ecke. Oh ja, ich seh's gerade. Ey, hier sind so viele schon wieder neue, ne? Gut gespottet. Hier sind so viele Eier, Bro. Charlie Rusher. Ey, was? Charlie Adler. Guck mal. Hier unten. Hier unten sind auch welche. Das ist auch ein krasses rotes Ei. Stimmt, stimmt. Und im Haus auch noch. Ey, wir haben so viele Eier. Das ist ja wohl ein Sammelrekord hier, oder nicht? Hier auch noch das Grüne. Das ist auch noch das Grüne hier am Start. Ey, wir können hier voll die Spur folgen. Komm mit. Wir haben hier voll den Weg. Da links ist auch noch eins. Oh stimmt. Das ist Charlie Jumbo von Jumbo. Ey, was ist denn das? Guck mal. Ich bin gespalten. Hä? Wie siehst du denn aus? Ich seh richtig verrückt aus. Richtig bruselig aus. Oh mein Gott, hier ist die Axt. Hier ist die Axt. Oh mein Gott. Ja, die brauchen wir. Ey, wie sieht der denn aus? Wie sieht der denn aus? Ist hier vielleicht ne schöne Schaufel oder so hier oben drin? Ne, die Axt brauchen wir auch in der Scheune. Dann können wir nochmal zurückgehen kurz und gucken, was wir da haben. Vielleicht hier oben noch ne Schaufel. Ne, hier ist noch ein Ei. Aber keine Schaufel. Okay, dann lass mal. Dann lass mal nach Dings gehen. Lass mal nach oben gehen. Äh, zur Farm gehen. Alter, jetzt guck hin. Was ist? Yo, der Geister. Yo, wie krass sieht der aus? Okay, lass mal zur Farm. Lass mal zur Farm. Wo ist das? Da vorne ist die Farm hier. Wo muss man nur die Axt benutzen? Wo war das? Ähm, draußen auf dem Schornstein. Gar nicht. Beim Schornstein? Hast du es mir vergessen oder was? Hä? Ich hab... Was? Hier war das, ne? Hier? Ja, ja. Und auf auf. Okay, gut. Ich dachte gerade. Wow! Charlie! Was mit irgendwelchen Wasserpistolen? Meinst du der hier, ne? Das sind doch keine Wasserpistolen. Das sind Waffen aus GTA 5. Die Raygun zum Beispiel. Ach so. Wusste ich nicht. Alter, und auf dem Kopf drauf. Was ist da auf dem Kopf drauf, ey? Alter. Lass mal zurück ins Dorf gehen. Weil da waren nämlich doch ein paar Eier, die wir noch nicht eingesammelt hatten, ne? Warte mal. Hier sind auf jeden Fall ein paar. Hier sind echt ein paar. Alter, wie viele kommen hier. Ja. Hier ist ein Ei. Dann ist hier unter uns auch ein Ei, ne? Boah, du hast recht. Boah, Alter. Hey, der sieht... Oh mein Gott, das ist Shrek! Ah! Ich verlieben! Ah! Au! Warte mal, ich kann... Nein! Aber jetzt, wir haben Spoilershus. Jetzt zeig ich dir was. Okay, was zeigst du mir? Was zeigst du mir? Okay, warte auf, warte auf. Komm mal her, komm mal her. Warte mal. Ja, was denn? Nein, es geht nicht! Okay, wir müssen noch mal rumlaufen. Weitersuchen. Alles gut. Ja, ja, ich hatte auch gerade die Möglichkeit mir ein Boot zu kaufen, ne? Das können wir eigentlich auch nutzen. Ah, guck mal, hier ist die Schorne schon wieder. Okay, hier ist die Schorne schon wieder. Kein Problem. Wir müssen auf jeden Fall, äh, die Augen... Ja, sehr nah dran. Die Augen aufhalten nach einer Schaufel. Also, aber da vorne... Ja, ja, ja. Wir müssen jetzt erstmal das eine Eier sammeln. Ich zieh doch da oben schon wieder die gelben Eier leuchten. Nein, das siehst du doch auch. Das weiße Eier links oben. Links oben. Stimmt, lass da hin, lass da hin, lass da hin. Ah! Oh mein Gott, so ein Hund, Choo-Choo-Charles. Stop, Choo-Choo-Charles. Alter, Ying und Yang. Oh, ey. Cool, ey. Halbgesicht. Und ich seh gerade hier bei dem Dorf, ist auch noch ein Ei versteckt, was du auch, glaube ich, nicht geholt hast. Das ist direkt hier, hier oben auf dem Berg drauf, in so einer kleinen Kuhle. Hier oben nämlich. Ah, da ist es von mir aus. Hä? Der sieht ja richtig, der sieht ja richtig komisch aus. Charly ist Smiley. Hier, komm mal her, hier ist so ein Haus mit einem Friedhof. Okay. Komm hier hoch. Alter, weil hier ist so ein Friedhofseil, seh ich gerade. Oh, so eine Kapelle, so eine alte. Und hier vorne ist auch noch so ein braunes Ei. Was ist das für eins? Vora, nee, oder man, das ist fast. Und hier dahinter ist auch noch ein Ei gewesen. Oh mein Gott, jetzt bin ich hier im Haus drin. Ich bin hier reingespawnt worden. Wie jetzt? Und hier ist so ein seltenes Ei. Ah, wo bist du? Links, direkt links in die Tür rein. Okay, warte. Hier oben hab ich eins. Ey, was denn das? Das hab ich auch. Alter, hier haben alle Spaten. Kann ich das weiter reingehen hier? Sieht aus wie bei... Oh mein Gott, hier brauchen wir einen Schlüssel. Oh nein, stimmt. Den finden wir locker irgendwo drin. Oh, hier ist das Liederne Ei. Der sieht ganz, ganz gut aus. Okay, voll gruselig. Hier wieder rausgehen, ja. Ich glaube hier... Hier vielleicht irgendwie... Hallo? Ist noch ein Ei, aber kein... Der sieht krass aus. Oh mein Gott, der sieht krass aus. Alter. Ui, wuuu. Oh. Halt auf jeden Fall die Ausschau nach dem Liederne Schlüssel, ne? Sagen wir mal, dass hier gar nichts drin ist. Das wundert mich. Okay, warte mal. Hier sind auch noch Eier. Wenn du ein bisschen rauszoomst. Hier sind voll viele Eier sehe ich gerade. Auf der... Oh mein Gott. Hier auch in der Mine und so noch drin. Aber ich... Ich muss noch was... Ich darf kein Ei finden. Ich muss noch was anderes finden. Weil dann kann ich nämlich was machen. Was richtig, richtig seltenes. Okay, und was musst du finden? Ist die Frage? Hier ist ein goldener Schlüssel, den ich gefunden habe. Aber hier haben wir schon mal... Ne, wir waren schon mal in der Pyramide, da waren wir schon mal drin. Alter, hier viele Eier sind hier bitteschön. Alter, hier sind so viele, Bro. Guck dir das mal an. Yo. Okay. Charlie X, Charlie Monster. Hier, wer ist das? Was hier noch? Captain Charlie. Ja, ja. Captain... Ah! Ah! Oh Gott, ich... Aua, ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht schwimmen. Nein! Lol! Ich habe das Trollface. Ah! Nein, jetzt kannst du dir hier gar nicht. Schnell raus hier! Schnell raus! Schaffst du im Leben nicht, da gehst du nirgendwo raus. Ich bin draußen, ich bin draußen, alles gut. Alter! Ich brenne! Hagi! Hagi, Charlie. Oh mein Gott, ich sehe es gerade, Hagi. Oh! Warte mal, hier! Ey, da ist ein Killer! Lauf weg! Pass auf! Ich sehe es gerade, lauf! Lauf, lauf, lauf! Okay, warte, ich muss mich umwandeln, damit er nicht denkt, ich bin irgendwer. Ja, was ist das für eins? Charlie, Pippi! Wie viele kommen hier noch? Hast du viele Eier oder was? Ja, hier sind mega, mega... Oha! Guck auf unten! Nicht, dass wir unten welche... Ja, da war es nämlich noch im Wasser eins gewesen, aber egal. Aber auch hier oben! Guck mal hier, Winnie Pooh, Charlie! Ey, was? Bro, wie viele, wie viele... Winnie Pooh, wie cool ist denn der? Ich weiß, wie viele gibt es denn auch? Hier ist auch noch eins. Warte, aber ich darf hier... Ja, auf den Dächern auch sehe ich gerade, ne? Charlie für Hause. Ja, man safe stimmt hier unten. Oh mein Gott, was sind denn hier noch? Winterkönig, Charlie Winterkönig. Ey, was? Charlie Angriff, sag mal... Hier habe ich noch eins. Wie viele gibt's? Wie viele kommen hier noch? Bro, wir haben so viele Eier jetzt hier gesammelt. Was leid dir, Charlie? Alter, wie viele lustige. Das Ding ist, ich will jetzt hier mal ganz kurz ein Boot kaufen, damit ich mir mal auf das Wasser... Pass auf, du mir einmal einen Gefallen, weil ich das nicht machen kann gerade. Drück mal links auf mein Zug. Warte, ich schaue mir jetzt erst mal das Boot auf mein Robax. Ja, weil es kann sein... Dafür musst du nämlich Metall finden. Es kann sein, dass du schon ein Metall gefunden hast letztes Mal. Äh... Ich könnte jetzt spawnen. Mein Zug. Genau, dann machen wir, machen wir dann. Fahren wir dann mit den Robben. Versuch es erneut. Gehe näher zu den Zugständen. Ja, genau, jetzt. Okay, warte, 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 warte. Nimm mich mit! Nimm mich mit! Nein, ich kann nicht mitfahren! Ja, 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 komm, 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 komm! So jetzt? Hä? Nein, ich flieg da durch, ich flieg da durch. Der ist bei mir ganz laggy. Oh, na toll, okay, warte, dann gehe ich raus, kein Problem. Lass mal hier rechts lang, weil das Ding ist, dann könnten wir nämlich mit dem Boot irgendwo hin, dass wir mal zum Steg das Ei einsammeln. Jetzt! Hahaha, oh mein Gott! Okay! Fahr los! Fahr los! Warte mal. Warte mal. Jetzt ist es weg! Jetzt ist es weg! Jetzt ist es weg! Das kann nicht sein. Warte mal, lass doch mal. Schupf von Robax, so wie toll das war. Ja, vielleicht kommt der Leuchte nochmal wieder. Da ist vorne, siehst du das Boot da vorne rechts? Hm, ja. Was? Oh mein Gott. Charlie Eis? Bro! Einfach eingefroren! Alter, in einem Eiswürfel, in einem großen. In einem Eiswürfel. Wenn man da vorne ist, ist es ein Boot, da müssen wir einfach mal hin. Ja. Ist das Elmo? Okay, mal gucken. Ja, rotes Maskottchen. Hier unter der Brücke, siehst du das? Was ist da? Da ist auch noch eins. Ja, das habe ich mir schon geholt. Aber bin ich draufgegangen, muss jetzt ganz schnell nach links. Nein! Nein! Ich bin da fast! Ja, das war so klar. Nein! Warte mal, ich stapp' mir ganz kurz den hier, dann beim Boot. Lol! Der hat ein Fragezeichen-Gesicht. Wie geht das? Nein! Ah! Verdammt! Ich bin Wasser! Nein, 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 nein! Oh nein, da kommt Schuh, Schuh! Eins haben wir doch eingesammelt. Ich habe mein Boot wieder. Ich habe mein Boot wieder. Also eigentlich können wir... Ich sehe gerade eine Sache, und zwar auf der Scheune hinter dir. Auf der Scheune oben ist sozusagen auch noch mal ein Ei versteckt. Wie kommen wir da ran? Oh, Tatsache! Siehst du das obendrauf? Ich weiß wie... Wie? Wie kommst du da ran? Bist du da oben? Ich bin hier... Nee, oder? War nicht ganz. Hä? Hä? Wie soll man denn da hochkommen? Da! Ja! So! Ich bin oben drauf. Ey, das ist glaube ich echt ein Ei, was man nicht so auf dem Schirm hat. Wenn man ja mal direkt wegrennt. Ja, ja, safe, safe. Man achte da nicht. Und so sieht das auch aus. Wow! Ich bin Amerikaner! Alter, krass! Warte mal, ich gehe mal ganz kurz hin. Guck mal, dass ich mein Boot jetzt hier irgendwie... Dass du da mit reingehen kannst. So, jetzt komm. Oh mein Gott, ich bin im Boot drin. Okay. Pass auf da, wo bist du? Kommst du mit? Ich bin im Boot jetzt hier. Ich glaube, ich fliege da durch durch das Boot, ne? Glaubst du? Ich weiß nicht, ob ich da durch kann. Und... Nein! Oh Gott! Warte, ich gucke kurz zu, wie ich da hinfahre. Ja, okay, okay. Geht zu dieser Insel. Dann geht's zu der Insel. Ich fahr zum Boot. Da muss ja irgendwas krasses sein. Ne, das Boot ist gefährlich. Ich glaube, das Boot ist gefährlich. Es wird schon... Attacke! Nein! Attacke! Pass auf! Ah! Ich... Ich will mit da her! Ich will mit da her! Ah! Da ist nichts drin. Nein! Da ist nichts... In dem Boot ist nichts drin. Das ist einfach nur Attrappe. Du bist da rauf gegangen sogar. Ne, ich bin... Ich lebe noch. Ich bin jetzt hier gerade bei der eigenen Insel. Du bist da rauf gegangen auf das Boot. Warte, komm mal auf die eine Insel. Ich hab jetzt 500 Obaks dafür ausgegeben. Ja, das war echt gewastet. Genau, komm jetzt hier rauf, weil hier sind noch mehr Eier, sehe ich gerade hier unten. Oh mein Gott! Was ist da? Was ist da? Was ist da? Oh Gott, aua, aua, aua. Hä? Hier ist ein grüner Schlüssel! Hier warte, ich komm. Oh mein Gott! Und damit kann ich das aufmachen hier, das grüne Schloss. Und zack, offen! Ich hatte gerade so einen krassen... Wo sieht man seine letzten Morphs? Äh... Gute Frage. Der sieht krass aus! Charlie Augen! Ich hab so einen König eben eingesammelt. Der sah krass aus. König? Warte, ich komm mal ganz was rüber. Da ist der grüne Schlüssel! Ja, der war einfach unten drunter. Ah! Komm her! Komm her, Kollege! Ah! Ah! Ich hab jetzt... Oh mein Gott! Mit den ganzen Augen, ne? Und da kommt... Mal gucken, ob den anderen auch siehst. Den du da jetzt gleich nimmst. Ja? Mal gucken. Ja, hier auf dem Dach. Ja, sehr gut! Aber... Du hast einen, glaube ich, übersehen. Und ich suche jetzt gerade, ob ich den finde. Der sah nämlich... Ich hab ihn. Ich hab ihn. Den König. Ja, der König. Der sah richtig krass aus, Alter. Und... Da ist er! Soll ich den nehmen? Warte mal. Und zack! Ich bin der König von Choo Choo! Ha! 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 Hallo! Hallo! Alter! Wir haben heute gefühlt alle gefunden! Ohne Spaß! Richtig cool! Sehr stark! Oh! Ich bin im Zug! Kaspar! Wo bist du? Bist du auch im Zug? Bist du auch im Zug? Ja, ich such dich. Hier sind überall Kartons. Wo bist du denn hier vorne irgendwo? Ich sehe auch noch Kartons. Das sind so Ticketboxen oder sowas. Oh mein Gott! Ich bin oben auf dem Zug. Drauf gerade! Ich bin oben drauf! Sechs Box Loot habe ich gerade bekommen. Siehst du mich? Ich bin ganz hinten. Bist du ganz weit vorne? Oder wo bist du? Ich bin, glaube ich, weiter vorne. Oh Gott! Oh Gott! Ich bin einfach mal nach vorne gelaufen. Pass auf! Da bist du! Komm mal, ich bin immer hier! Ja! Hier! Wie komme ich jetzt hier runterheile? Ey, pass bloß auf! Wenn du dazwischen springst, bist du das nicht so gut, ne? Lass mal ein bisschen erkunden! Lass mal ein bisschen erkunden! Ne, wir sind mit ein paar Leuten hier, ne? Ja, zwei andere sind, da habe ich noch gesehen. Zwei andere Passagiere. Wollen wir hier rüber springen, oder was? Okay. Ich höre hier was! Was ist da? Hey, irgendwas! Wie, wo ist was? Ich gehe! Oh mein Gott, da hast du einen Zug! Das ist Charles! Oh Gott! Was ist denn? Oh mein Gott! Au! Nein! Ich bin draufgegangen! Was machst du denn da? Mann, Hilfe! Das ist ein krasser... Alter, der haut da richtig gegen! Ich muss an! Oh! Ich bin auch... Nein! Ich bin auch draufgegangen! Was war das denn für ein Teil? Ey, wir haben viel zu viel Angst gehabt! Das war das Problem jetzt gerade, ne? Alles klar, ich bin wieder im Zug, Kaspar! Ich bin auch im Zug! Wo bist du denn jetzt? Die Ticketbox ist gerade auf! Ich habe richtig hier... Ich bin ganz vorne und es ist auch ganz dunkel und hier ist Munition! Ja, hier ist alles mit Munition! Und die klaut mir jetzt hier gerade die Boxloots! Das klaut sie mir gerade! Die Boxloots? Okay, warte mal! Jetzt bitte nicht runterfallen hier, ne? So, und schön! Ich fall nicht runter, die machen gerade hier richtig fette Kisten auf! Warte mal, hier ist auch gerade eine Kiste, die dauert ewig! Die sind auch so riesige Boxen! Warte mal hier, die riesige Munitionsbox! Die dauert ewig, bis ich sie aufbekomme! Wieso, was ist da drin oder was glaubst du? Äh... Keine Ahnung, anscheinend war da Medizin oder sowas drin! Warte mal, ich kann die Frachttür aufmachen, dann kann ich so rausgucken! Was hab ich hier? Da vorne bist du, oder? Bist du das hier? Da kommt irgendwas von rechts! Da ist irgendwas von rechts! Mach die Tür zu! Ich seh es! Was ist das denn für ein Teil? Oh mein Gott, das schießt man! Es schießt nur auf mich! Ich seh es gerade! Hiel, hiel, hiel! Komm zurück, komm zurück! Ich hab ne Pistole! Ich bin echt tot! Ich hab ne Pistole! Ich hab ne Pistole, ich schieß auf den! Wo ist die Frachttür? Ey Bro, er geht nur auf mich! Was soll das denn? Nein, jetzt bin ich versteckt! Ja! Jetzt geht auf euch! Bam, bam, bam! Er hat eingekillt da hinten! Ich schieß auf ihn! Ich schieß auf ihn! Oh nein, 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 nein! Was ist das für ein Teil? Nein, 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 nein! Ich schieß auch! Oh Gott! Oh Gott! Hier, 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 hier! Okay, alles gut! Lad nach! Lad nach! Lad nach! Oh mein Gott! Der hat die Wand kaputt gemacht! Ich weiß, der macht die alles! Ja, ich treff ihn gut! Ich treff ihn gut! Okay, ich schieß auch! Ich schieß auch auf den! Ey, was geht denn bei dem ab? Was ist das für ein Teil? Warum hat der andere so eine krasse Waffe? Wo hat er die her? Die kann man kaufen! Ich glaub, die kann man kaufen für Geld oder sowas! Oh, er zieht durch! Er hat Angst! Er hat Angst! Er hat Angst! Wo ist er jetzt? Er ist weg! Okay, ich hol mal ein bisschen mehr Munition! Hast du genug Leben noch? Ich habe gar kein Leben sogar verloren! Ach was! Er hat sich anscheinend irgendwie... Okay! Ich hol mir hier aber ein bisschen Leben aus dieser Box raus! Und... Ja, schnapp dir alles mal! Oh, ich hör wieder was! Er ist wieder da, er ist wieder da! Ehrlich? Oh Gott! Ich komm zu dir, ich komm zu dir! Der soll sich doch trauen! Er schießt! Oh Gott! 40 HP! Wow! Lauf! 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 folie´m! Lauf! Das Ding ist, guck mal! Hier Mikey wüssten ihn ja während wir im Zug sind! Ich denke mal, der greift nur an, wenn wir im Zug sind! Und nur nachts wahrscheinlich! Lass mal kurz gucken up! Wir haben jetzt da grad bisschen Tickets bekommen! Ja genau! Lass mal gucken, beim laden... Wir haben hier einmal eine Boss-Puppe. Eine Boss-Puppe? Was soll das denn? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Squid Game? Oh mein Gott, guck mal, das ist Squid Game da hinten. Siehst du das? Ja, ich sehe es auch gerade. Da kann man so rüber springen. Und hier haben wir Familienfarm Baxter. Und der, der kann handeln mit uns. Wir können seine Treue holen, aber ich will die nicht kaufen für 80. Nee, nee, das will ich nicht. Ich will nämlich hier. Das will ich machen. Hier, das will ich. Ja, genau. Ich brauche nämlich neue Pistolen. Neue Baffe, so. Und? Ja, was kann sie für uns kaufen? Neue Pistole für 40. Ich kaufe die mir jetzt mal. Weil das Ding ist... Zack, kaufen. Kaufen für 40. Ja, habe ich... Oh, jetzt gibt es hier schon eine neue, eine andere. Und jetzt? Wie, es gibt jetzt direkt eine andere. Nee, doch nicht. Okay, oh mein Gott, die hat jetzt... Vier Magazine hat die jetzt. Okay, jetzt guck mal im Momentar. Hast du jetzt nämlich genau das jetzt anscheinend. Ja. Die Baxter-Spezial. Okay, das sieht ja cool aus. Okay. Und dann können wir die ausrüsten. Als primär und als sekundär. Das heißt, die andere... Ach was! Das ist meine sekundäre Waffe. Jetzt haben wir zwei! Ich glaube, wir müssen in den Zügen diese Ticketboxes leer machen. Ah! Und die Fahrt geht jetzt auch schon direkt wieder los, ne? Ach so! Die Fahrt geht direkt schon wieder los. Oh Gott, oh Gott, ich hoffe, dass diesmal kein Gruseliger... Oh mein Gott, der andere hat viel krass und Sachen verkauft sich gerade. Okay, das Ding ist, wir konnten gerade handeln bei dem einen Typen. Du musst auf jeden Fall diese Ticketboxes holen. Das ist ja mitten in der Nacht gerade. Ich weiß, da stand auch gerade, dass die Gefahr hoch ist gerade, ne? Es ist mega dunkel. Ja, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Eiii! Mein Kopf ist in der Tür! Nein! Ne, ne? Hilfe! Hilfe! Kannst du dich retten? Nicht bewegen! Bleib so! Alles gut, ich bin raus, ich bin raus, alles gut. Okay, okay, okay. Ey, das war gerade... Ganz, ganz verrückt. Okay, ich bin jetzt gerade ganz... Vorne wahrscheinlich, ne? Vorne, ja. Ich bin ganz vorne. Ich habe gerade noch etwas gehört, glaube ich. Hier, ich nehme mir mal schön hier die Munition mit, ne? Wichtig! Ja, Munition brauchst du nicht mitnehmen, weil die ist noch nicht... Die ist noch nicht... Ah, aufgebraucht? Oh mein Gott, was ist das für ein Ding? Das ist hier zehnmal größer, das Teil! Wo denn? Ist das geil? Da rechts von uns! Oh mein Gott! Wo ist er jetzt? Da hinten, siehst du ihn? Oh oh, ich sehe ihn! Ey, der schießt Raketen! Mein Gott! Was ist das für ein Ding? Digga! Hinten ist es eingeschlagen! Pass auf! Pass auf! Das ist gerade hinten eingeschlagen! Oh mein Gott, okay, komm! Aber da schießt Raketen nach hinten! Feuer rauf, Feuer rauf! Geht das schon? Kommt die auf uns? Ah! Kaspar, lass auf! Was ist los? Au! Au! Lauf weg, Lauf weg, Alter! Ich auch, ich auch! Ich muss kurz meinen Melikin nehmen! Leben holen, leben holen, leben holen! Ey, der hat einfach gerade Raketen auf mich geschossen! Oh mein Gott! Da ist er wieder... Nicht, dass der hier gleich Raketenreiber hat! Ich hau' ab, ich hau' ab! Er zielt! Er zielt! Ich hör' das! Warte, wir müssen auf ihn rauf schießen weiter! Ah! Er hat mich glaube ich wieder getroffen! Ja, er ist weg! Okay, komm, wir bleiben hier an den Fenstern! Er sehen wir ihn! Er soll sich trauen, Leute! Er soll sich trauen! Wir müssen mehr Ticketboxen aufmachen! Wir müssen durch den Zug laufen! Ja! Und diese Ticketboxen aufmachen! Soll ich noch mal ein bisschen Munition noch mal mit? Ah! Wo sind denn diese Ticketboxen hier hinten? Das sind diese grünen Boxen! Und die medizinische Boxen! Erst zurück, erst zurück! Nein! Ich schießt auf, ich schießt auf! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sieg und der Waffe! Schnell! Er greift! Oh mein Gott, muss auf, muss auf! Geh's los, was los! Digga, er schießt nur auf mich! Er ist fast down! Ah! Da komm schon, da komm schon, da komm schon! Weiter, 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 weiter! Hilfe! Ah! Ich hab' nur 30 HP! Ah! Er greift! Oh mein Gott! Er macht den Krebs! Oh Gott, oh Gott! Er macht den Krebs! Oh Gott! Er greift! Ich muss mich kurz heilen! Bro, er greift an mir! Nein! Weg! Weg! Hau ab, hau ab, hau ab! Ey, er geht nur auf mich! Er haut ab! Er schießt hier! Er haut ab! Siehst du, er teilt noch so ein zweites Leben, ne? Ist das vielleicht sein Gehirn? Ich glaub, das ist irgend so ein exklusives Ding! Ich brauch' Medikit! Kann ich dir eins geben? Ich hab' noch zwei! Ich hab' gar keins mehr! Es wird alles hier genommen! Ey, der Zug ist auch schon so kaputt! Ich hoffe, wir kommen noch heile am Bahnhof an! Der hat alles... Da ist Medikit noch! Und hier auch! Ey, lass mal nach ganz vorne gehen! Da ist noch am meisten Cover, oder? Er hat sich jemanden geschnappt! Er hat sich jemanden geschnappt und geht wieder nach hinten und frisst sie auf! Oh Gott! Ich muss kurz fette Medibox nehmen! Rakete! Rakete! Oh Gott! Bitte nicht auf mich! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich nehm' mir grad Medikit! Oh mein Gott! Einer ist wohl rausgefallen! Ich hab's gesehen! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bro! Oh, zack! Der ist so stark! Der ist so stark! Ich schnapp' mir kurz Medikit! Kann ich dabei laufen? Ah! Die Raketen! Komm! Lauf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kommst du rüber? Hier fehlen Holzstücke! Oh nein! Er rafft an! Er rafft an! Komm, wir haben ihn fast! Jetzt! So jetzt! Komm, weiter, weiter, weiter! Ich hab' keine Munition mehr! Nein! Ich hab' gar nix mehr! Oh, er geht nur auf mich! Alter! Warte! Au! Er geht nur auf mich! Ein HP, Bro! Ich hab' 0,01 Leben! Was? Als, als ob! Nein! Oh mein Gott! Das wär's schon mit mir gewesen eben! Ey! Die hat mich geschubst! Was ist los? Nein! Bist du aufgefallen? Die hat mich geschubst einfach! Nein! Was? Die hat mich geschubst einfach! Hey! Ich stand davor! Ich wollte grad rüberspringen! Auf einmal schubst sie mich da! Okay, warte mal! Ich kann jetzt hier bei dem Eisenbahnhändler! Kann ich jetzt mir für die Tickets! Ah! Hier bei dem hier! Oh mein Gott! Was wir uns hier holen können! Oha! Was hat der alles? Oh mein Gott! 120 Tickets kostet das? Chirurgisches Kick und sowas, ne? Titel! Vettler! Wir können auch andere Züge holen, ne? Ich glaube, ich hol mir aber eine andere Waffe! Wir hätten ja auch hier so eine Cobra Magnum! Ich hätte schon Bock auf diese Bergmann, ne? Ja! Das ist auch die krasseste, oder? Diese Bergmann! Da woher hat der eine bitteschön eine AK her! Vielleicht kann man die doch freischalten! Aber wir können Tickets kaufen für Robux! Ja, genau, genau, genau! Ja, da hol ich mir doch mal ein paar Tickets! Aha! Okay, okay, okay! So! Ich kauf mir jetzt auch mal... Hier sind ein paar coole Sachen! Und zwar... Inventar! Ich rüste mir die auf jeden Fall aus! Vergiss nicht die auszurüsten! Das braucht auch noch Zeit! Ja, ich weiß, ich weiß! Und dann hol ich mir die Hellingswerp, glaube ich! Die Bexler ist die Sekundär! Sechs Runden! Acht! Okay, ich hol mal die hier! Ich bin gerade im Hotel! Und du kannst hier mit dem Wirt sprechen! Und der sagt... Das ist hier gruselig! Ich will weg hier, ich will weg hier! Raus hier, raus hier! Hä? Bro! Das war die Sackgasse! Was? Okay, ich bin im Zug wieder! Bist du auch im Zug? Ja, ich auch, ich auch! Ich bin gespannt, wenn er jetzt kommen wird! Okay! Alles klar! Alles nach! Ich hab hier direkt so Ticketboxen nicht mehr hoch holen kann! Sehr gut! Sehr gut! Ja! Ich hab jetzt neue Waffen und so ein Traumakit! Also wenn ich jetzt hier drauf gehe... Wie ein Traumakit? Was ist das denn? Ich hab so ein richtig krasses Medi-Kit! Hä? So ein Traumakit? Und ich hab hier echt ne krasse Waffe, muss ich sagen! Ja! Ich hör schon den Zug! Kommt der? Ehrlich? Ja, da kommt der! Oh mein Gott! Wo kommt der? Wo denn? Auf welcher Seite? Ich feuere drauf! Oh mein Gott, ich seh's! Oh Gott! Digga, der ist halt neben mir! Der greift! Der bohrt sich da rein in den Zug! Oh mein Gott! Ich mach dick einen Schaden! Ah! Der hat mich getroffen! Der hat mich getroffen! Okay, sehr gut! Jetzt abfeuern! Bam! Okay, jetzt komm ich mit einer zweiten Waffe! Okay, sehr gut, sehr gut! Frachtraum aufmachen! Und Schuss! Feuern! Pass auf, er greift! Er greift nach mir! Pass auf! Hör auf zu greifen! Oh Gott! Oh Gott! Pass auf da! Das ist ja lebensmüde! Der soll abhauen! Warte mal! Ich feu ihn nochmal ab! Oh mein Gott! Ich hab ihn gut getroffen! Ich hab ihn gut getroffen! Boom! Boom! Was will der? Was will der? Oh Gott! Pass auf! Alter, ich bin aus dem... Jetzt bin ich auf dem Zug drauf! Auf dem Zug drauf? Auch gut, auch gut! Dann Feuer von oben! Er ist weg, oder? Er ist weg! Er ist gerade weg! Ich muss mich kurz heilen! Ich hab so ein krasses Trauma-Kit! Oh nein! Der kommt direkt auf mich zu! Oh Gott! Du hast recht! Er hat was anderes dabei! Er hat einen Baum dabei! Nee doch nicht! Das sah so aus! Der hat oben so eine Minigun! Ich seh es gerade! Er schießt! Oh Gott! Komm! Feuer ihn ab! Oh Gott! Ich hab keine Munition mehr für meine... Komm! Wir haben ihn gleich! Jetzt nicht drauf gehen! Feuer! Okay! Ey guck mal! Er ist fast low! Er ist fast down! Er geht nur auf mich? Weil ich am meisten Schaden glaube ich gerade gemacht habe! Der Motor geht gleich aus bei ihm! Ja! Jetzt haben wir ihn gleich! Okay warte! Ja und! Und! Feuer! Und! Und! Er tut es! Ja! Oh mein Gott! Was passiert? Was passiert oder? Hä? Was? Nochmal drauf feuern! Der hat so ein kleines Leben unten rechts! Ja was? Das müssen wir noch ab! Der soll sich jetzt nochmal trauen her zu... Guck mal wie die auf dem Boden liegt! Der soll sich jetzt nochmal trauen her zu kommen alter! Wie ist es so? Komm ran hier! Ich mach unbedingt Munition! Ich mach unbedingt Munition! Ich auch! Also entweder fokussiert sich nur auf eine Person jedes Mal! Ich glaube ja! Ich glaube ja! Weil der ist irgendwie nur auf einen geht! Der ist die ganze Zeit auf mich gegangen ne? Ah! Da ist er wieder! Er ist zurück! Ey! Was? Oh mein Gott! Der ist doch zurück! Sein Bruder ist zurück! Der hat volles Leben! Stimmt! Abfeuern! 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 Bam! 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 Oh mein Gott! Ich hab grad 140 Schaden gemacht! Er guckst! Sehr gut! Sehr gut! Es gibt so einen Crit Schaden den man machen kann! Oh nein! Okay! Wenn man ihn bestimmt an bestimmten Schäden trifft oder so! Ja ja genau! Oh mein Gott! Wie ne Aussehen! Oh Gott! Wir haben Angst vor dem! Hilfe! Hilfe! Er greift jetzt gleich! Oh oh! Oh oh! Er haut ab! Sie haben ihn in die Flucht geschlagen! Sieh das alleine! Besser ist das! Zieh alleine Kollege! Ja! Ist so! Lass uns in Ruhe und komm nicht wieder! Ich hoffe wir schaffen es diesmal zum Zielbahnhof! Ja! Und dann gehen wir gleich in dieses Dings rein! Das sah richtig cool aus! Oh Gott! Oh Gott! Okay! Lass nochmal Medikids mitnehmen! Er kommt wieder! Er kommt wieder! Er kommt wieder! Trau dich! Los! Hol mich! Ich bin ein bisschen am humpeln! Oh Gott! Oh Gott! Er hat mich fokussiert! Er hat mich fokussiert! Au! 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 Oh Gott! Er trifft nur mich! Ich kann nicht helfen! Ich habe keine Muni! Er trifft nur mich! Jaaa! Wir haben es geschafft! Guck mal! Sehr gut! Kommen wir gerade im Dunkeln wieder an? Anteil des Verursachen Schaden und sowas! Wie viel hast du da bekommen? Ich habe 6 Tickets bekommen! 15! Oh! Du hast die doppelt so oft getroffen! Sehr schön! Guck mal jetzt ist wieder das Hotel weg! Jetzt können wir uns Sachen holen davon! Sehr gut! Und das Goodgame-Ding ist aber auch nicht mehr da als da! Ey wir haben ihn einfach besiegt! Ey wir haben ihn echt besiegt Leute! Sehr gut! Yeah! Wir machen endlich mal wieder ein Rutschen-Video! Das bedeutet, dass wir heute ganz ganz viele verschiedene Rutschen ausprobieren werden! Nicht nur diese Wasser-Rutschen-Freunde, sondern auch noch andere Rutschen! Deswegen, hey! Wer bist du denn? Lasst uns auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von sowas mehr sehen wollt! Dreht noch einmal ganz zu euer Handy! Drücken auf die Glocke! Und jetzt die Spaß mit den Videofreunden! Willen wir jetzt direkt mal hier ihm hinterher gehen? Woah! 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 Aua! Aua! Ey! Ey Hilfe! Hilfe! Nein! Nein! Ich treibe raus! Ich treibe raus! Nein! Ey! Wo bin ich denn so schnell, Freunde? Haha! Nein! Hilfe! Hilfe! Ich möchte nicht aufs Meer raustreiben! Hä? Hä? Ey! Das ist ja genauso hier wie ich! Was soll das denn jetzt? Holy Macaroni, Freunde! War das auf jeden Fall echt eine heftige Rutsche! Ey! Hier muss man auf jeden Fall gut aufpassen! Also hier ist anscheinend so die Rainbow Fun Sly-Rutsche! Die werden wir gleich auch mal ausprobieren! Aber wir haben noch so viele Rutschen jetzt hier! Die wir alle austesten können! Ich würde mal sagen, deswegen gehen wir direkt mal hier in die gelbe! Die sind auch relativ normal! Woah! Oh! Mit dem Gesicht zuerst! Yeah! Und warte mal! Oh! Oh! Und wir rutschen auch wieder perfekt! Sehr, sehr gut! Oh! Und guck mal! Ey! Hä? Wir sind auf einer geheimen Rutsche! Guck mal, Freunde! Wir sind einfach auf einer geheimen Rutsche! Oh! Nein! Vorsichtig! Oh Gott! Ganz vorsichtig! Alter! Was ist denn das jetzt hier für eine krass lange Rutsche, Freunde? Ja! Jo! Was passiert denn hier? Bitteschön! Alter Schwede, Freunde! Ist die Rutsche hoch! Wow! Wow! Okay, ich glaube wir gehen jetzt gleich schon direkt in die Rutsche rein, Freunde! Ah! Ah! Oh! Okay! Oh Gott! Oh Gott! Und es geht weiter! Es geht... Aua! Hä? Ist da der Deckel zu? Oh nein! Oh nein! Eine riesen Kobra! Oh, was ist das? Ich weiß nicht... Oh, wir sind auf jeden Fall... Oh! Oh, looping! Looping! Yeah! Alter Schwede! Nein! Nein, nein, nein Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Hey, hey, nein Oh mein Gott, ich bin zu weit geflogen, Freunde Einfach von der Blüte, oh Mann, oh Das war auf jeden Fall schon mal echt ganz schön heftig, Freunde Eine ganz schön lange Rutsche, aber hier haben wir auf jeden Fall noch viel, viel mehr Weil wir können zum Beispiel einmal ganz so zieren gehen Da kann man uns sogar so teleportieren lassen Indem wir zum Beispiel zur Bananenkurve gehen Die ist jetzt hier zum Beispiel Ich lasse jetzt mal ganz so regnen Und dann, oh, oh Gott, oh Gott Sitze ich da drin? Oh, ich sitze drin Ich sitze drin, jimmie Okay, die Rutsche, die war ja echt richtig langweilig, muss ich sagen Und zack, bin jetzt hier im Wasser drin, Freunde Hä, die Rutsche war ja voll langweilig Ich glaube, ich habe noch nie so eine langweilige Rutsche gesehen Ich glaube, die macht ein bisschen mehr Spaß, wenn man mit Freunden oder so spielt Ne, komm, warte mal, kann ich die noch hier? Guck mal hier, ein Ball, los, spiel mit dem Ball Oh, sie spielt wirklich mit dem Ball Was haben wir jetzt hier? Das war genau, das war jetzt gerade die Bananenkurve Ja, die war jetzt natürlich Pass auf, können wir sie hier nicht irgendwo anders interpretieren? Ich gehe jetzt mal zu einer anderen Rutsche hin, Freunde Und zwar sieht die doch gar nicht mal so schlecht aus Komm, wir gehen mal Äh, was ist denn jetzt hier von Fragezeichen, Freunde? Also, Fragezeichen Aha, most lies to come Deswegen, komm, wir gehen jetzt mal ganz kurz nach oben hier Die Treppen hoch Ich finde, beim Rutschen ist das Nervigste immer, die Treppe hochzugehen Das ist wirklich so heftig nervig, Freunde Ich mag das jedes Mal nicht Deswegen rutsche ich auch relativ selten Jetzt kann ich hier wieder das Regnen lassen, so Und, oh Gott, stell, stell den Reifen rein Setz dich rein, setz dich rein Oh, yeah Wow, und nein, nicht schon wieder Ach, komm, Freunde Lass uns doch mal ganz kurz hier die Regenbogenrutsche rutschen Und, wow Wow, hab ich das gerade gesehen, Freunde Yo Hey, hey, hey Aua, aua, aua Wo rutsche ich denn jetzt denn? Ey, aaa Hey Wow In welcher Rutsche bin ich denn jetzt hier gelandet? Alter Alter Oh, mein Gott Ich bin hier, ey Ich bin in irgendeiner geheimen Rutsche gelandet, Freunde Aaaaa Oh Oh, Gott Oh, Gott Was ist das hier für eine Musik? Oh, Gott Es geht schon wieder Oh Wow Oh 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 Was? Wie sind hier gerade bei 1300 kmh, Freunde? Oh, nein Was ist da unten? Was ist da unten? Was ist da unten? Yo Yo Wie hoch fliege ich bitte schön, Freunde? Alter Hey Was ist denn jetzt passiert? Da unten ist ja der Mond Hä? Guck mal, hier ist doch so eine andere Insel Da will ich auch mal Ey, aua Da will ich aber auch mal hin zur anderen Insel Ey, was sind das hier alles für verrückte Rutschen, Freunde? Oh, guck mal, hier werde ich gerade rein, in diese geheime Rutsche Oh, Gott Da kommen noch so Wasser, Freunde Und dann können wir mal, pass auf Lassen wir mal ganz was probieren Diese Rutsche jetzt hier zu schaffen Weil eben haben wir es ja nicht geschafft Wir sind zwei drüber geflogen Ich möchte mal wissen, was da am Ende so ist Und Yeah Guck mal, wie wir jetzt hier gerade hochfliegen Oh, mein Gott Komm, ich glaube Oh, Gott, wir gehen nicht mehr direkt rein Wir gehen direkt rein Oh, so knapp So knapp Ich glaube, es wäre richtig wichtig gewesen Dass wir quasi direkt reinfliegen Ey So, komm Ich muss laufen Ich muss laufen Ne, ne, ne Hä? Hey, jetzt sitze ich Wow Hä? 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 Oh, okay Es geht weiter Aua Hilfe Hilfe, Freunde Ah, ich rutsche die ganze Rutsche schon wieder runter Er hat besser gesagt Ich fall die Rutsche runter Aber ich glaube Aber ich glaube Oh Gott Wenn wir das jetzt schaffen Haben wir leider noch mal eine richtige Rutsche Wie gerutsche Und Yeah Wieder gegessen werden Looping Oh Gott Aber jetzt, Freunde Ich glaub dran Ich muss so springen Ja Nein Irgendwann Freunde Irgendwann schaffen wir das noch mit dieser Blume Komm Ich spawn mir jetzt mal ganz kurz hier so eine Batman Box Wenn wir jetzt so eine Batman Box haben Kann ich mich auch hier reinsetzen Dann können wir zum Beispiel auch noch diese Rutsche rutschen Und das Coole ist diesmal Rutschen wir in so einen mega großen Patrick rein Ja Das ist ein böser Patrick, Freunde Und das Ding ist Wir müssten das fertig machen Um eine riesen Überraschung zu bekommen Und wir sind jetzt schon mit 400 Kammer am Start Yo Aua Ey, ich war viel zu schnell Nein, nein, nein Ich fall runter Leute, ich war viel zu schnell Uh Oh Oh Ich wurde respawned, Freunde Ich wurde respawned Okay Also ihr merkt uns schon mal Die Batman Box Die war viel zu schnell Und oh Man kann es jetzt sogar umziehen Okay, pass auf Warte mal Ich will jetzt mal ein Spider-Man sein So, Leute Ich bin jetzt hier Spider-Man Oh yeah Ich bin Spider-Man 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 Und das ist jetzt meine Regenbogen Ähm Regenbogenkiste So, ich bin jetzt Spider-Man In der Regenbogenkiste Und wir rutschen jetzt mal ganz kurz hier Zu Patrick rein Juhi Aus dem Weg Ey, Kopfüber Aus dem Weg Ich darf jetzt nicht zu schnell werden, Freunde Kann ich irgendwie abbremsen oder so Weil wenn ich zu schnell werde Oh Ja, das ist gut Das ist gut Oh na Ach, sag mal Das kann doch nicht angehen Warum schaffen wir das nicht Dann nehme ich jetzt halt einfach eine Nuklearbox, Freunde Mit dieser Box, ja Bin ich radioaktiv Das bedeutet Wenn uns dieses Monster da gleich schlucken sollte Und Patrick am Ende Wir bis zum Ende hin zu Patrick kommt Dann, Freunde Wird der quasi bestrahlt Und jetzt Oh ja Das ist gut, das ist gut, das ist gut Jawohl Wir wurden gegessen, Freunde Das ist schon mal Erste Taktik aufgegangen Und jetzt müssen wir uns erstmal nochmal zu uns fangen Und oh Gott Hier sind Kuchen Na Oh, bloß nicht hängenbleiben Leute, bloß nicht hängenbleiben Oh Boom Boom Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh ja Oh nein Ich liege auf der Seite Das soll doch nicht passieren Ah Haha Nein Okay Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder Ja Oh Gott Hier ist Lava Hier ist Lava, Freunde Spring rüber Jawohl Oh Gott Oh Gott Oh Gott Und jetzt Oh Spring rüber Jawohl Was ist mit der Kamera los Aua 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 Okay Hier ist immer noch Lava Leute, wo ist Patrick Ich warte immer noch auf Patrick Ah Okay So und jetzt geht es hier runter Oh Yeah Ah Okay, vorsichtig Und wir liegen schon wieder auf der Seite Mann Ich will doch nicht die ganze auf der Seite liegen, Freunde Ich habe doch gar nichts gemacht Okay, mal gucken, in welches Loch gehen wir jetzt hier Und in das höchste oder was In das höchste In das höchste Oder halt auch in gar kein Loch Auch nicht schlecht, Freunde Einfach mal in gar keinem Loch gelandet Und yeah Wir sind hier auf der schnellsten Straße Tokio Tokio Eigentlich auf dem Kopf Ah Was passiert hier Freunde Ey, was ist denn mit der Kamera los Yo Ich kann die Kamera gar nicht kontrollieren Freunde, ich sehe gar nicht, wo es lang geht Oh Gott Basketball Wir wurden nicht im Basketballkorb gehauen Asma, guck mal Wir sind hier gefangen Was Oh nein Was ist denn das für ein Labor hier Sieht voll gruselig aus Was ist das hier Das Portal ist offen Mach weiter Hier, guck mal Man kann hier durchgehen Hier kann ich durch Lol Wo ist das Portal hin Hier muss das Portal hin Woher geht denn Das ist weg Ne, du kannst nicht herangehen wieder Okay, das ist aber anscheinend Ah, okay Also deine erste Wahl ist dein Vote Okay, also wir müssen jetzt überlegen Ah Hier, wähle immer die richtige Rutsche Ah, okay Also Burger King oder McDonalds McDonalds Ich sage es jetzt safe Wir haben mehr McDonalds Wir müssen jetzt überlegen Wer hat was am meisten gewählt Das heißt, ich glaube McDonalds Mögen die meisten Ja Oh Oh Und rein hier Oh Alter, guck mal wie viele Stimmen Oh 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 mein Gott Dann abzahlen In dem Raum In dem Raum In dem Raum Ja In dem kleinen Raum Jump, jump, jump Okay Dann haben wir jetzt hier das nächste Hä Die beste Speckart Also wie ist man Knusprig oder kaum Knusprig Natürlich knusprig Ist das so eine Frage Hier ist so rein hier ins Knusprige Und das haben wir 275.000 Leute abgestimmt Okay Okay Das ist auch krass Hier ist kein Weg nach draußen Okay Hier erstmal rüber Jetzt muss ich runterfallen Dann musst du alles von vorne machen Ich weiß Von vorne würde ich auf jeden Fall nichts machen Also das wäre ich auch nicht Sehr unangenehm Was wäre besser Marshmallow Regen oder Skittles Regen Oh mein Gott Oh nein Oh Ich sage dir Weißt du was ich eigentlich sagen würde Skittles tun weh Weil das schön weich ist Ich weiß Und Skittles tun weh Aber so wie ich mir das Was sind da noch Ne Achso ist nur Fenster Aber Skittles Was ich mir vorstellen könnte Haben alle Skittles gewählt Weil die berühmter sind Gerade auch in Amerika Oder Okay Ich weiß nicht Okay komm Skittles Skittles sind bunt Skittles Skittles sind bunt Skittles Oh mein Gott Ein bisschen mehr 30.000 Stimmen nur mehr Was Das hätte richtig böse enden können Aber knapp Haben wir für alles richtig geraten Ja wir schlagen uns sehr sehr gut Hier sind noch irgendwelche ekligen Fitzen gerade Das Abzeichen Ich seh dich doch da Was laberst du Ich seh das doch Da war ich gerade in dem Raum Da war ein krasses Abzeichen Okay lass mal hier hochklettern Mal gucken Was haben wir jetzt hier Den ganzen Tag nassen Pullover Oder den ganzen Tag nasse Jeans Oh Ich sag dir safe nasse Jeans Nasser Pullover Wer mag denn bitte schön nasse Hosen tragen Bro Nasser Pullover ist immer so eklig wie nasse Jeans Nein Okay wenn du meinst Wenn du meinst Hau rein Okay Okay Mal gucken Oh Tja Die Leute sind wohl auf meiner Seite Wo bist du her Kasper Oh Mann Oh Hier bin ich Auch nasser Pullover Du bist draufgegangen eben oder was Nein ich hab lieber noch gewartet Dass ich irgendwo geguckt Ob das das richtig ist Was hättest du lieber Ein extra Finger Extra Finger oder ein extra Zeh Hä aber guck mal wie eklig das mit den Finger aussieht Safe extra Zeh oder Aber obwohl Was bringt denn extra Finger Weißt du Es bringt dir ja eigentlich nichts Extra Finger könntest du halt bisher mehr Schmuck Aber dann würden dich die Leute immer angucken Von wegen Ihhh guck mal der hat ein extra Finger Eben deswegen Ich werde dich glaube ich lieber Ja das Elfax erzählen Aber ich glaube die Leute haben trotzdem extra Finger Oh nein Ja ich wusste es Oh nein Ab geht's in den extra Finger Oh mein Gott wo bin ich denn Oh mein Gott hier ist Tadeus Was Tadeus kam mit dem Schwert Er schlägt mich Nein Er hat mich versiegt Oh mein Gott wo bist du Tadeus hat mich aufgespießt Okay komm wieder zurück Komm wieder zurück Ja safe Was haben wir hier Okay hier auf jeden Fall rüberspringen Schön Wie nennt man diesen Sport Soccer oder Football Football Was ist das doch Hä was Hä das ist Football Ja die Amerikaner nennen den Football Aber die Engeln Äh hier die Briten Football Ja Und richtig Fußball Fußball Ich weiß Ja ja Problem ist richtig auf jeden Fall gefehlt Also das zweite war ja das richtige Glauben wir auch Okay oh das sieht krass aus ne Das ist Abzeichen ja Also echt das ist so schlecht Ja jetzt also Schlechter geht es nicht mehr Was wärst du lieber Der Schlauste im Raum Der Lustigste oder der Schlauste Oder der Lustigste Also es hat beides Vorteile Wenn du der Lustigste bist Kannst du ganz viel Geld Das war jetzt dumm von dir Das war jetzt dumm von dir Oh mein Gott Ja Der Smarteste nämlich Nein Ich hab schon wieder falsch Ich bin bei Santa zu Hause Wie cool Wie bei Santa zu Hause Nein ist es nicht Santa Das ist der Grinch Hilfe Das ist der Grinch Er kommt aus dem Schornstein Ich wusste es Tja Kasper Und wow Ich hab lange auf dich gewartet Was hast denn du da auf Leider kann ich mich nicht umdrehen Aber selber effekt Okay 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 Oh wow Mir so erschrocken Unglaublich Mein Gott Was ist besser Apfel oder Orangen Wie heißt es schön Two apples a day Keep the doctor away Aha one apple a day Heißt das Ein Apfel Nein Das heißt Nachgeprüft Dass man zwei Apfel Und wir sind da zu leben Okay Zwei am Tag So dann lass mal Ein bisschen runter gehen Oh Was haben wir hier Oh Hier ist wieder so komische Eklige Farbe Nicht berühren Ich weiß Ich weiß Das stinkt Extrem doll Die magische Tür Okay Oh nein Was haben wir jetzt hier links Oh Oh mein Gott Ein Abzeichen Ja Da einfach im Raum Drinne Und was ist so hier bei dir Genau Kasper Ja und hier ist ja ein Loch Lol Wie cool Und hier Hättest du wirklich ein Abzeichen Bei mir war da ein Abzeichen Danke Bei dir war da ein Abzeichen Korrekt Ja Backrooms Mops Ja aber das war so ein Backrooms Mops In einem Brutschenspiel merkst du selber oder was Ja Okay Das würdest du lieber zuerst hören Sag mal lieber Die schlechten Nachrichten oder die guten Ich würde sagen zuerst immer die schlechten Zuerst die guten Nachrichten Und dann Was Logischerweise und das jeder Hä Wieso war das falsch Also ich weiß einfach wie jeder denkt Leute Das ist halt das Ding Bro also guck mal Nein wer ist hier Du hast dreimal falsch gesagt Kasper Warte mal das Telefon klingelt Ich muss hier kurz rangehen Hallo wer ist Du hast eine ganz ganz schlechte Quote muss ich sagen Die Quote von dir ist nicht Hä aber ey mal ganz im Ernst Mal ganz im Ernst Wieso zuerst die schlechten Und dann kann man über die guten Weißt du so ein bisschen Wieder die Stimmung wieder hochziehen Hä na klar Ja da ist Sonst ist es so Du freust dich so mega die ganze Zeit Und dann bist du auf einmal ganz traurig Was übernimmst du erst die schlechten Nachrichten hören Wer will sowas Sag mal einfach die guten Nachrichten Dann ist alles gut Also die schlechten dann gar nicht mehr sagst du So dann komm Los Ich sag dir Jetzt haben wir hier Android oder IOS Oh das ist jetzt schwierig Das ist ja ganz klar Ganz ganz klar Ne ganz klar Das ist doch ich nicht Ne Also die meisten Kinder spielen tatsächlich glaube ich auf Android Aber ich sag IOS IOS ist besser IOS ist der iPhone 10 natürlich Oh ja Sehr gut Deutlich Deutlich Einfach fast dreimal so viele Stimmen Leute Oh krass Und hier Abzeichnen Das ist jetzt schwierig Tipoto ist sowas wie so ein Burger So was ist das So ein mexikanisches Restaurant Ja so Burritos und sowas Und Taco Bell ist Pizza Okay was lieber Taco Bell ist denn Tacos So ich Ich überge jetzt gerade Burritos oder Tacos Burritos Nein Ja Ich bin in einem Fahrstuhl Ja und jetzt Was für ein Killer kommt da bei dir Hallo Wer ist hier Oh Wer ist denn das Hau ab Der hat die Bahn durchbrochen Lass mich Selbstschuld Ich verstehe mich hinterher Er hat mich geholt Er hat mich komplett zusammengeprügelt Echt gehabt Echt gehabt Ey das war wahrscheinlich auch so eine richtig knappe Entscheidung oder so gewesen Nein 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 Das war ganz ganz lach Voll viel an Taco Bell gemacht oder was Mh Ey Taco Bell gibt es hier auch viel länger Und das kennt man viel mehr So okay Dann will ich jetzt Taco Bell links Zum Ersten falsch liegen Hier den nehmen alle Taco Bell Wie kann man so falsch liegen wie du Mal gucken wie viele waren das Ja gut okay Oh okay Dreimal so viel ist schon krass Das ist schon krass Ja ist schon viel Okay wir laufen weiter Wir laufen weiter Gucken was hier noch kommt Okay dann geht es hier weiter auf jeden Fall Oh das wird hier immer enger alles der Raum Okay Oh mein Gott Oh mein Gott Ich glaube Laserobby hier Oh Einfach Laser Bro Okay vorsichtig Oh mein Gott Jetzt sind wir in so einem riesigen Raum Hä Was wärst du lieber Der reicheste der Welt Oder der schlauste Also das Ding ist Wenn du der schlauste bist Wenn man schlau ist Bist du auch gleichzeitig reich Weil du kannst dir krasse Ideen ausdenken Ja Ich weiß Du hast recht Aber wenn du reich bist Dann bist du reich Du musst auch nicht mehr schlau sein Aber was bringt dir reich und dumm zu sein Weißt du Logischerweise reich Leute Hä Ja Wieso wollen Leute nicht reich sein Doppelt so viel Tadeus 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 Oh mein Gott ich lauf weg Er kann nichts machen Ich lauf weg Oh Du hast keine Du hast keine Der böse Tadeus hat mich geholt Tja Recht gehabt Natürlich will man lieber schlauer sein Bro Egal ist das Geld Aber ja Aber wenn du reich bist Kannst du bestimmt dir Wissen ankaufen Ja Oder du bist schlau Und machst so dass du reich wirst Ist viel einfacher Kann natürlich auch sein Aber nur wenn man schlau ist Dann bin ich direkt reich Ne aber du kannst dir krasse Ideen ausdenken Und irgendwie Du wirst schon Okay Lass mal nach oben gehen jetzt wieder Hast du dir jemals die Nase gedrückt Hä Hast du denn gedrückt Meint der gepopelt oder was Ja oder nein Glaub ich jeder mal an seinem Leben macht Jeder hat das schon mal gemacht Ja jetzt hier Außer die Lügen jetzt Oh mein Gott Oh 300.000 haben das gemacht In welchen müsst du lieber leben Baumast oder Höhle Ey wer will denn in deiner Höhle leben Oh mein Gott Guck mal da runter Guck mal da runter Wow Alter geht's ins Nichts Hä Alter Ist ja anders tief da unten Da geht's einfach ins Nichts Ins Void oder so Oh ja Save Oh ja Oh Gott Hier vorsichtig Okay Du kannst dich nicht blockieren Schade Baumhaus Jeder nimmt Baumhaus 100% Alter 330.000 Stimmen Das war noch nie Noch keine Frage Die extrem krass war Es heißt Das ist der Ausgang Kannst du ihn testen Wie jetzt testen Gehen wir mal Wollen wir da rein Das war noch nicht der Ausgang Der hat uns veräppelt Das beste Instrument Schlagzeug, Gitarre oder Klavier Oh mein Gott Das ist so schwer Ich sag Klavier Das ist so schwer Klavier war es doch gar kein Fall Das ist das Schlagzeug Ja Ich glaub's nicht Das ist das Schlagzeug Nein Das haben gerade mal 20.000 am Schlagzeug genommen Nein Ich bin im Fahrstuhl jetzt drin E-Gitarre Es war Klavier Es war Klavier Leute Es war E-Gitarre Es war Klavier Nein Es war Klavier Es war Klavier Aber auch knapp Knapp Leute 80.000 Okay jetzt haben wir hier Bester Goldfisch Ein Komet Ein Blasenauge Locker Komet Der will dann bla Der Link sieht auch cool aus Komm Komet Komet Goldfisch enttäuscht mich nicht Du bist gar nicht Gold Oh jawohl Ja Sehr gut Ich dachte jetzt schon Dass der das nachher nicht ist Das hätte auch böse enden können Hätte auch sein können Hätte sein können Du hast recht Oh nein Am meisten Spaß auf dem Spielplatz Rutsche Schaukel Seesäge Also hier so eine Wippe Wippe ne Seesäge Seesäge Rutsche Rutsche oder Safety Rutsche Ist am geil Ja Rutsche Hui Wir sind doch in einer Rutsche Ja Guck mal Oh mein Gott Nur 900 Stimmen mehr Alter Oh mein Gott Wie knapp Stimmt Das hätte übertrieben knapp sein können Gerade Es kann doch noch knapp werden Wenn jetzt mehrere Leute Schaukel nehmen Oh mein Gott Pass auf warte Wow Ich bin ganz tief hier unten Cool Alter Hier unten kannst du tauchen Badewanne Oh mein Gott Ozean und See Oh ist jemand rausgekommen Einer ist rausgekommen Der Beste auch zum Schwimmen Badewanne oder Oh Badewanne noch nicht Ja Oh mein Gott Was ist denn hier jetzt Das war falsch Wie cool Kaspar Nein Squid Game Ich tue die doch gar nicht an Es ist nämlich Ozean Es ist Ozean Ist sicher Ja Ich bin mir sicher Das ist Ozean Und Wow Als wenn es wirklich Ozean war Ja Ich bin See reingegangen Bro Weil ich dachte Du veräppelt es nicht Ich hab doch gesagt Ozean Mein Gott Gruseliges Monster Vampir Werwürf Oder Zombies Locker Zombies Zombies Nee Werwürfe Es ist Werwürfe Zombies Oh es sind die Zombies Das war doch klar Alter okay Hier können wir hochgehen Hier können wir die rutschen Aber hochgehen Ne es geht nicht Sicher Aber da drüben können wir die runterrutschen Ja Rot Rot ist beste Farbe Gelb Wow Und ich gehe in den Whirlpool Der bringt dir nichts Bestes Trollgesicht Ganz rechts Ganz rechts Ganz rechts Oder ganz rechts Ganz rechts Oh mein Gott Ja Guck dir das an 10.000 Die anderen Ja was Das ist doch richtig krank Hier Und zwar Der nutzloseste Schlüssel Hä Der Key Also sozusagen Die Taste Die nutzloseste Taste F12 Was denn SCL Was denn das hier Nutztlos Kenn ich gar nicht Oh mein Gott Das kann anscheinend viele auch nicht Beste Art von Eis Für Getränke Hä Würfel Hä Würfel Wahrscheinlich Halbmond Oder Wahrscheinlich Nugget Wahrscheinlich Nugget Alter Oh ja man Deutlich Ganz deutlich Ganz komisch Ja der wäre auf jeden Fall Ganz los gewesen Hier ist anscheinend Ein krasser Pool Da müssen wir einfach runtertauchen Da müssen wir einfach durchtauchen Oder auch nicht Oder auch nicht Okay Hier Ah hier Stein Papier oder Schere Oh Stein Alle nehmen immer Stein Ich habe auch irgendwie Stein gerade Im Kopf Locker ist Stein mehr Ja Sehr gut Alter 90.000 Stimmen Oh Wo ist dein Strahlenanzug Zieh das an und geh rein Okay Warte mal Warum mehr Strahlenanzug? Ist der hier irgendwo versteckt? Man lebt nur einmal Oh mein Gott Ich habe ihn angezogen Was? Schlimmster Wo sind wir denn jetzt? Oh mein Gott Schlimmster Burger Alter Der sieht ja richtig crazy aus Zahnpasta Burger Welches? Haar Burger Festlicher Leichter Burger Was gibt es hier alles? Ein Fingernagel Burger Ich sage dir Der Fingernagel Burger Ist glaube ich Der Fingernagel Burger Ist der ekligste Zu 1.000 Wow Hä? Welcher denn dann? Locker der Haar Burger Nein Squid Game Oh mein Gott Wo bin ich denn jetzt? Nein Die Gläser zerplatzen Die Gläser zerplatzen Ich habe weggeschleidert Ich wurde vor den ganzen Gläsern getroffen Aua Oh nein So Haar Burger War rein Und Es war der Haar Burger Ja Mit 32.000 Zu 25.000 Oh mein Gott Okay Ah okay Das war natürlich Was ist das denn? Bestes KI Generiertes YouTube Thumbnail Ähm Noll Was? Okay krass Noll Einfach so KI generiertes YouTube Locker Welche sieht am coolsten aus? Das hier B Ja ne? B sieht eigentlich am coolsten aus Und I Das war noch Ich schau dir doch schon die Squid Game Puppe Aua McDonalds Burgers Ne wo bin ich denn jetzt? 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 Oh Gott Oh Es kommen voll viele Monster Alter Ich habe noch kein Doppel gehabt Okay dann ist das auf jeden Fall das rechte Das rechte glaube ich D pipes Oh Nee A sieht am coolsten aus D D D D Ja Sehr gut Sehr gut 皆 Sehr gut Sehr gut Wie viele war expressions Iiihihi cow als wenn ich darauf reinfalle, als würde ich darauf reinfallen. Okay, hast du eins genommen? Ja. Welches war das? A, ne? Das musst du jetzt herausfinden, welches das ist. War es A? Ja, es war A. Es war A. Okay, sehr gut. Danke, dass ich vertrauen kann. Kein Problem. So, 34.000 Stunden, ey krass, deutlich, ne? Beste Chips, beste Chips. Fritos, Gepan, Doritos. Cheetos, crunchy Cheetos, Doritos. Doritos auf jeden Fall, Doritos sind die besten Leute. Da haben wir von der Auswahl. Ey, Bro, was soll das denn? Die haben alle keinen Geschmack auf einmal mehr. Was ist denn jetzt so? Und hier ist einer mit Doritos. Pennywise. Local Backroom, Game of Work. Hä, was ist das denn? Oh, mich hat Pennywise. Der programmiert was. Wie, was? Was programmiert der? Was meinst du? Warte, fünf. Hä? Zerstörung, bam! Oh, mein Gott, du wurdest gut. Was war das denn? Okay, dann sind's locker. Die Cheetos, oder? Die Cheetos, würde ich auch sagen. Die Cheetos, Leute. Oh, ii. Das ist ein Witz. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, das sind Tostitos. Wer kennt die denn? Ich kenn die gar nicht. Bro, ich hab noch nie von denen gehört Tostitos. Was soll das sein? 44.000 Stimmen, Alter, die Tostitos. Okay, krass. Okay, beste Saison. Sommer, Herbst, Winter. Ich überleg jetzt auch grad. Sommer, Herbst, Winter. Okay, das ist ja klar. Also wer hier was anderes als der Sommer nimmt, der ist... Ja, das war ja wohl ganz klar. Sommer, Leute. Also Sommer ist echt beste Zeit. Ah! Alter, das ist unglaublich. Locker ist es grad Winter, weil es... The Rock! The Rock! Nein! Wie? Ah, ich bin im Regen mit... Er kriegt mich nicht. Oh, hab ich trotzdem geholt, der The Rock, Alter. Oh, mal gucken. Hier, Herbst und... Was, Winter? Winter war's. Ja, Winter war's. Ey, ich vertraue denen jetzt nicht mehr. Ja. Also wer Herbst, sag es los. Es ist auf jeden Fall Winter jetzt. Sommer oder Winter sind die zwei Sachen. Ja, Winter. Aber auch knapp. Hier oben bin ich doch schon. Hallo. Okay. Guck mal, bestes Puppet-Spielzeug. Der T-Rex, ne? Oder der Regenbogen? Regenbogen. Ganz offensichtlich. Tausend Prozent. Hä, was? Meinst du? Das stimmt. Ja! Okay, hier, jetzt können wir... Ausgang! Ja, raus hier! Das sieht gefährlich aus. Da mal rein jetzt hier in die Rutsche. Wow! Oha! Hä? Hä? Wir sind entkommen, oder? Ne, Locos ist entkommen. Irgendeine andere. 29 Minuten. Das heißt, wir sollten auch da hin kommen. Oh Gott. Hier rechts. Hier lang. Hier müssen wir, glaube ich, durch. Ein Abzeichen! Also echt. Dann müssen wir da lang, geradeaus. Hier müssen wir durch. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, hier geht's rüber. Oh! Nein, hier geht die Frage weiter. Das beste Ei. Im Rührei? Fünf Fragen. Oh mein Gott. Rührei-Sambludge, übereifrig, Omelette oder hartgekocht? Äh, Spiegelei. Rührei, oder? Spiegelei. Oh! Was, Spiegelei? Das war es nicht, Bro. Nein! Yeah! Okay, wir gehen da schon mal weiter, Leute. Es war da, Spiegelei, Kollege. Ja, das war jetzt wirklich, das ist Spiegelei. Du denkst, du hast mich veräppelt! Ne! Beste Hunderasse! Als Sven! Locker ist das hier der Husky, Leute. Ja, ja. Ich bin mir sehr sicher, das ist der Husky oder Gold routiver. Jeder wählt den Husky aus. Komщ, rein den Husky aus. Locker. Oh! Ja! und hier geht es direkt weiter durchgehen oh ich bin sehr gespannt wo sind wir hier fast nichts ist das so bunt ich sehe fast nichts hier raus hier die beste schauspieler um mario im live ich bin so ein profi leute kreuzfahrt ich bin auf jeden fall profi ich sagte ich bin profi leg dich nicht mit mir an und ich bin profi bestes emoji herzaugenschrei grinsen lachsmiley herzaugen locker die herzaugen so ein profi einfach na ich weiß hier alles bester keks schokoladen chip sage ich du bist das ist der all time classic oh mein gott ich bin so ein profi nein als wenn du das schon wieder richtig habe ich bin so um gott ok komm hier rein hast du falsch genommen die kacke ist mal deine oreos ist aber leckerer als die cookies ich finde auch leckerer als das muss ich sagen ich habe mal richtig bock auf so fette oreos muss ich sagen mit milch kennst du mit milch hör mir auf okay jetzt hier durch die rutsche raus hier sind wir in den backrooms wieder da das sieht aus wie im schwimmbad und es riecht aus wie auch so und es riecht voll nach chlore und so warte mal hier sind rutschen zu den können wir noch gar nicht weil wir müssten erst ein paar runden gerutscht haben siehst du das fünf runden ja stimmt fünf runden 30 runden ok pass auf wo können wir denn hier rutschen also hier ist der grüne pfeil guck mal hier sind wir und hier ist der grüne pfeil wir können jetzt hier und zwischen fünf rutschen entscheiden was machen wir ja da war das alles voller kacke ich habe es gesehen das sah echt eklig aus wo geht es jetzt hin wir werden wo wirst du auch hier wir sind voll langsam oder ich bin voll schnell ich bin mega langsam ich gehe gerade das toilettensystem runter wo bist du denn so bin ich so langsam also ich fall gerade das ganze toilettensystem runter also ich fall die map runter hey bist du runter gefallen also ich komme ja nicht mehr raus ich bin der kanalisation gefangen ich bin einfach runter gefallen von der map das ist ja unglaublich bin einfach da war so ein loch in der toilette drin und habe ich einfach runter ja ich bin auch runter gefallen du bist doch einfach so eine rutsche reingegangen ja ich bin auf einmal weggezogen worden da eben ich weiß auch nicht was da los war okay lass mal ganz mal was das denn hier so wie so ein surfer hilfe was gut was war kann ich das auch ich komme ich komme hinterher ich bin direkt hinter die ich darf noch nicht entscheiden das ist total langsam dann nehme ich eine andere wenn das das ist eine andere rutsche alter nämlich erst hier wo ich bin ein bisschen schneller ich bin ich bin jetzt bin ich gerade im toilettensystem schon wieder 250 ich war da hinten gerade wie ich war da hinten gerade ich bin in der toilette drin ich hole dich noch ein ich hole dich noch ein wie soll das denn funktionieren ich hole dich noch ein da bist du hä ich habe mich reingeholt sogar ich bin schneller als du bist so schnell 80 oh mein gott ich bin richtig richtig schnell hier gerade ach ich fall schon wieder runter na gut wir haben noch die anderen beiden rutschen die noch sind also wirklich ne ok ok wo welche also was ist das für rutschen hier was das für ein schwimmbad das heißt hier bei den kommen sie doch mit dem server wir können auswählen ich bin das ja ich teste sie für dich ok ok die ist gar nicht schlimm die ist gar nicht schlimm die ist schon in ordnung ich meine warum warum jetzt okay ich bin auch auf dem brett er hat mir mein brett geklaut 700 800 900 1000 kam war es aber in den kasper hat mir gerade mein brett geklaut aus kam an den tod ich bin wieder oben boxen lassen andere nehmen ich muss ja auch mal was habe ich war hier auch noch mal ganz kurz wirst du nicht sonst kommen wir zu gut ja ich bin so langsam ich bin hier 20 km h wegen die ich bin ich bin jetzt hier im kanal system hey ich habe einen anderen weg gerade genommen ich bin gerade den harten toiletten weg ich fall schon wieder runter ich bin schon wieder untergefallen ey das ist doch unglaublich ich krieg doch nie die runden nehmen wenn ich die ganze runterfalle also wirklich so ok lass einfach hier komm mal wo bist du warte ich komm mal zu dir boah hier sind voll verrückte leute ich seh das hier gerade die ganze zeit lass mal ohne brett einfach rein komm mal her komm mal her weißt was das problem ist wir müssten uns hier was kaufen ja was denn können wir uns hier irgendwas kaufen so wasserspielzeuge so ein ball oder sowas geht das äh ah ne da steht der gerade zu ok ok dann geht das glaube ich gerade nicht aber können wir jetzt hier mittlerweile schon mit dem ding fahren ne ne pass auf lass mal hier vorne die ja oh die lila in der rutsche die sieht heftig aus ich fall direkt durch den boden ich auch das war wahrscheinlich das ding kann war da auch kein brett weil da anscheinend gerade gebaut wird ok vielleicht doch nicht die lila in der rutsche lass uns doch lieber die rote nehmen ja lass uns lieber die rote so jetzt aber ja das schwimmert ist kaputt oder so lass uns mal sonst die gelbe ausprobieren zu fuß das ging ja glaube ich eben ok einmal probieren wir es noch hier die anderen sind in bearbeitung und die auch ok wir gehen zum neuen park yo kasper steig mal in mein cooles auto ein wo bist du ich seh dich gar nicht schnell steig ein der will einsteigen oh mein gott oh mein gott verlos ok das ding ist wieso sieht das so krass aus das ist heftig oder wir können jetzt hier anscheinend so eine zombie schleimrutsche ich kann es gar nicht kontrollieren so schleimig ist das hier gerade oh mein gott wir haben jemand getroffen oh nein wir haben nicht genug speed ich glaube wir brauchen was heftigeres das hier nehmen oder was hier das hier oder was kommen wir nehmen das doch hier das rot wir machen rennen wir machen rennen ok ich nehme das teil hier na gut für eine person bist du bereit zwei eins go wow ich überschlag mich oh mein gott das ding ist so schnell hilfe ich bin schräg ich bin schräg ich bin schräg ich schon wer ist mal eingestiegen wow ich hab's nicht geschafft alter hier sind grüne bälle hier sind grüne bälle kannst du da anhalten kannst du kurz rechts ran fahren ich würde sagen ich glaube nicht dass ich gerade rechts ran fahren kann ok dann muss ich mir hier noch was wollen das ding ist du vergisst dass der boden aus schleim besteht also ich kann auch nicht bremsen ey ich bin drauf gegangen warte dann komm rein hier mein rotes auto aber hier vorne ist auch so ein vip bereit also so ein vip dingens stimmt mit so einer krone und so ne das will ich ja auch nochmal sehen aber komm mal schnell rein hier ich komm rein hier und dies will dies aber schaffen so abflug easy man die nerven alle die nerven und die sollen abhauen so jetzt nicht überschlagen oh mein gott halt das ding gerade halt das ding doch gerade geht doch nicht das schleim da ist jemand oh mein gott das war so knapp gerade ey nö du hast du sie gegessen oder so ey mann hab ich gar nicht du lügner ey mann also jetzt ist der bus am start und warte mal ich steig mal ein hier geht das kann ich dann hier ein ah ok nur die coolen Kinder sitzen ja ok ich fahre bist du bereit setz dich hin ja ich sitz hinten alles einsteigen ok kannst loslegen ok ich fahre los oh gott oh gott oh gott fahr vorsichtig nein aber der fliegt nein nein ich war noch hinten sitzt nicht vorne das ist doch schon ganz echt da ist jemand jetzt sitzt du aber komplett vorne wow oh mein gott oh mein gott was was hast du gemacht der ist auf einmal die spawnd der bus warum was ist jetzt hier dieser vip bereich frage ich mich gerade ähm vielleicht solltest du dir den mal freikaufen oder so vielleicht bringt das was was kaufen kann also hier passiert halt nichts ne na gut dann komm her ich hab hier die große bestellung und weißt du was hinten drin ist LKW ein Auto da ist das im Auto das ist ein Auto hinten im LKW drin kannst du hinten aufmachen ich bin ja mach mal auf ich bin halt auch das Ding drauf gegangen das hab ich auch mal gekannt das ist voll laggy hier bei mir mach auf geht nicht das geht nicht du musst hinten rangehen oder so ja aber da ist hinten ein Auto drin musst du da irgendwie einsteigen oder sowas ok warte mal geht das ne ich darf die Autos nicht berühren dann gehe ich drauf ah ja ok ok also warte mal dann fahr ich mal weg damit ich auch einen haben kann ja ich bin grad fast weg geflogen aus ohne nichts ja fahr ich nochmal jetzt mal weg ok ich steig ein warte mal ich muss mich hier nur kurz hinsetzen einmal er setzt sich grad nicht hin jetzt setz dich doch mal hin hier fahr dich doch weg jetzt fahr dich doch weg jetzt willst ich nicht ey wirst du wohl fest ok warte setz dich doch mal hin ich muss oh jetzt ist auch weg er ist weg ich spawne ok ich spawne die nochmal neu ok wieso das ist mein Teil ey geh weg das ist mein Fahrersitz geht nicht der Truck ist kaputt so wollen wir jetzt nochmal den LKW probieren oder die Hot Rods holen nein die Hot Rods holen der LKW ist blöd ok aber der will mir den hier schon klauen ich sehe das schon ja und warte mal ok aber ich hab ihn ich auch und yeah let's go wow ich lieg auch ich auch mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich lieg gut oder ich hoffe ich lieg gar nicht gut nein nein ich hoffs nicht nein ich seh nicht wo fliegst du denn hin irgendwo zu jedem sein ich auch schau ey ich hoffe euch hat es gefallen Freunde wenn ihr davon noch mehr sehen möchtet lasst auf jeden Fall gerne ein Like und Abo da ich stelle auf jeden Fall die beiden Videos aus dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video haut rein bis zum nächsten Mal ciao ciao